hallo und willkommen zurück in der ebene wir sind auf dem weg zur drachen mutter und zu einer zwischen heimat tag 156 6 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir nähern uns. Die Züge gehen schütten. 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 Ja. ich denke wir sollten irgendwo ein bisschen oberhalb was bauen ja das überlegt sich auch da oben ist so eine hochruine aber die ist schon ziemlich weit oben auch hier sind drei von eifern zu wenig ja das ist halt nur wenn man keine ausdauer hat er geht mir auf den sack oder wir bauen uns hier was hin muss ja nur eine möglichkeit geben dass man darunter kommt ich finde die stelle hier super mal nicht zu tief aber der scheiß bedreidigungsstuhl nein klar ok zu das ist es geht ist das der das ist ja muss holz haben ohne holz geht das nicht ja ich habe kein holz ich habe drei holz aber wo kriegen wir denn hier holz her? gar nicht oder? wieso hier unten sind da bäume ja 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 also shit man kann halt nicht so viel mitnehmen jetzt war man halt ne durch das ein so viel gewicht hat absolut ja 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 so ja Was ist das? Nicht zu tief fallen. Nein. Bleib doch liegen. Oh, Mann. So, so eine Grundplatte habe ich gemacht. So, ich stehe jetzt das Portal hier hin, dann können wir zurück und können von da aus raus holen. Das scheiß Holz rutscht hier immer runter. Das ist doch ätzend. Aber logisch. Das Portal läuft. Okay. Ich klettere wieder hoch. Das Problem ist halt, wir müssen eine Kiste haben, damit wir die Eier ablegen können. Aber ich habe kein Holz mehr. Ich habe noch Holz. Ankommen hier ruf. Ich bin auf dem Weg. Ich habe noch ein Holz und damit kann ich nichts machen. Ich habe drei. Ein ganzer Baum, den ich gefällt habe, der ist zum Hang runtergefallen. Ich habe 37. Ich brauche nur 10, damit wir eine Kiste haben, dass wir die Eier reinpacken können. Und dann können wir uns zurück teleportieren und dann Holz holen. Was? Wer ist denn da leer? Meine Ausdauer ist nicht besonders hoch. Ja, deswegen will ich ja auch zurück, damit ich die Ausgubigkeit endlich wieder habe. Was ist das hier? Scheiße. Jetzt soll ich da hochkommen. Was ist das hier? Na ja, fast fertig mit den Wänden geworden. Aber erstmal zurück teleportieren. Na, ich bin fast wieder oben. Ja. Gibt's da nicht. Man muss doch den Berg irgendwie hier hochkommen. Ist das ätzend. Hebschen für Hebschen. Okay. Okay. Wenn ich wenigstens Holz gekriegt hätte. Okay. 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 Dann häng ich wieder zurück nach Hause. Okay. 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 Das stimmt aber ganz schön. So hat man von seinem Zuhause empfangen quasi. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020